Führte zu der Frage, was das soll hin wiederum, wozu ein solches Leben überhaupt wert gewesen wäre zu leben, wenn in jedem Aufklaffungsmoment des Unwiederbringlichen, des Unvermeidlichen, um das, was unter keinen Umständen sein darf, aber doch sein wird, dann diese Begegnung mit dem Vernichtungsmoment, jeder Moment in den Rang der Dignifizierung des Dings gerät, des Dicken Dings, sprich, genauso als einzigartiger, unwiederbringlich verlorener oder festgehaltener Moment in die Kategorie der Unwiederholbarkeit, der Einzigartigkeit gerät dessen, oh, das ist ja da. Und mir wird klar, wenn ich nicht da gewesen wäre, dann wäre dieses einzig im ganzen Universum vorhandene Phänomen, dass dieses Sein offenbar ein eitles Spiegelwesen ist, sich anblickend zu machen, wäre es gar nicht so weit gekommen, dass es sich vergegenwärtigen und anblicken und anschauen, als Existenzes, als tatsächlich Existivendes. Und somit nur in der Begegnung mit der Angstbegegnung der unwiederbringlich verfließenden Existenz wird dann jeder Existenzmoment in den Rang der Einzigartigkeit erhoben. Und was soll daran Besonderes sein, wenn es sowieso wieder mit mir verschwindet? Was will es, wenn es sich plötzlich klarmacht, Was ist das für ein gewaltiges, gewalttätiges, absonderliches, außerordentliches, Eine Anstrengung, eine Aufführung, es führt sich auf als das größte Jahr der Bühnenspektakel, was es da nicht alles aufs Tapis lädt, auf dem Tisch häuft, unternimmt, eben an Aberwitzigkeiten, diese Aufführungen ganzer Galaxien, Universen. Was für ein Aufwand, was für eine Verschwendung, was für eine unerhörte, ungesehene Bühnenspektakel, eines Loculus mit dem Potlatsch, mit der überwältigenden Vergeudung, alles wird drangesetzt. Sodass also, dass sich nicht erblicken lassen will, als ein einziges Bühnenbild, sondern als dieses erschaudernde Phänomen, das es so weit getrieben hat, die Innenverwicklungen voranzutreiben, dass diese widerspiegeln können in ihren Konveckspiegeln dessen, was für eine Aufwand es da treibt, aber eben nicht als festzuhalten, als nicht ein zu dokumentierendes, sich selbst gleichbleibendes, sondern immer neu hysterisierendes, neu umschreibendes, neu transformierendes, immer sensationelleres, noch sensationelleres, noch ungehörteres, noch unverseheres. Nicht aufhören können das immer die Kleider, die Moden, die Ausfranzungen, zu wechseln, damit es beklatscht und bejubelt werde, damit es sich noch mehr anstrengen müsse, damit es noch mehr und so weiter und so fort. Und die ganze Gedankenreihe ist noch nicht zu Ende, wie sie in der Nacht stattfand, hinsichtlich der Frage, was das denn dann soll, ob es das wäre, was eine Existenz, ein Dasein, Wert gemacht hätte, sich so anzufühlen, dass das Leben auch Sinn machte, die Reproduktionsfähigen, betrifft diese Fragestellung sowieso nicht. So wie Dinosaurier wurden durch den Kenyern getrieben, von oben betrachtet, gar nicht auf den Gedanken gekommen werden, auf den Meteor zu machen. Vielen Dank.